Your beautiful new aircraft is waiting at our nearest airfield. We hope you're very happy, madam. Yo! Yo! Und ich habe mir sogar noch gut gelaufen. Ich glaube, du hast ihm den Platz geklaut. Hahaha! Dom, ich geh... selbst wenn du dich aus deinem Auto rauswirfst, ich geh bestimmt nicht dran vorbei. An meinem Auto. Wenn du Eier hast, fährst du an meinem Auto ganz nah vorbei. Wenn du Eier hast, komm! Hahaha! Sorry, ich bin zu fett geworden. Du kommst ja nicht mehr hoch. Aua! Ah ne, Don, ich hab mich gar nicht getroffen. Wahrscheinlich! Und plötzlich trifft es mich! Ja! Das war knapp. Oh! Oh! Nein! 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 Letztend 가만ige coisas! Nein! Wo? Mit dem wenigsten guten Tod haben. Bei einem Gehaltsbonus von 0% soll ich für dich arbeiten am Arsch. Hä, letztens war es bei mir 20% Gehaltsbonus. Sehr, sehr komisch. Man, ich laufe hier die Linien lang. Oh. Lauf von der Seite rein. Warte mal, das klär ich jetzt. Du fährst ja mit durch. Tobi, wink mal. Das musst du speichern, Alter. Was? Mit dem Prügelein von dem? Hä? Warum bin ich nicht? Nein! Ka- Oh shit. Bitte nicht. Ich brauch den jetzt. Thomas. Nein, mach das nicht. Nein, nein, nein. Also, du willst dir nicht wegkommen, ohne mich zu rammen. Aber in einem Glück geh nur ich drauf. Versuch's doch. Nein. Nein! 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 Ich flieg einfach raus. Okay. Deswegen hab ich gerade verloren. Nein! Ich wollte dich beenden! Nein! 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 Ich wollte dich wegkommen. Äh... Was zum... Was zum... Ja... Hä? Ich will ein... Endlich kann ich meinen scheiß Heli einsteigen. Wenn ich du wäre, solltest du den Stern halt beim Einsteigen beeilen, ne? Okay. Das ist nicht so, dass ich Sterne habe oder so. Einen aber nur. Den werden wir ganz schnell los. Nein, nein, nein!